Hier ist Rainer Kolosser vom Musikverein Neuen Kirchen. Im richtigen Musikerleben spiele ich Saxophon. Wir haben am Samstag ein wunderschönes Konzert und laden euch recht herzlich ein. Wir beginnen mit dem jungen Blasorchester Neuen Kirchen-Förden unter der Leitung von Claudia Helwig und Julian Ludmer. Die werden uns drei Stücken vorstellen. Der Instrumentalmusikverein unter Heiko Maschmann. Wir beginnen mit der Jubiläubertüre und das gute Klarinettenkonzert von Karl-Maria von Weber. Im zweiten Teil durchstreifen wir eine Ausstellung, unter anderem das große Tor von Kiew. Das vorstand eine 7th Suite for Band und ein paar Impressionen aus Japan. Wir hoffen damit den Geschmack der Zuhörer treffen zu können. Das beginnt mit dem Einlass um 19 Uhr und ab 20 Uhr spielen wir dann wunderbare Musik für euch.